13.08.2020, Martin hat eine neue Liebe gefunden. Ja, komm mal, Liesl, das ist Liesl, der Protestcamp-Hund, die Protestcamp-Hündin. Ja, komm mal, Liesl, wir haben jetzt eine Protestcamp-Hündin, das offizielle Protestcamp-Maskatien. Und jetzt ist Fütterzeit. Ich bin ja ein regelmäßiger Leser vom Stern. Darf ich mal kurz die Ausgabe zeigen, die aktuelle Stern-Ausgabe? Martin, ich hab so viel Schiff aufgenommen. Campen. Urlaub in Zeiten von Corona. Was machen wir hier? Das ist der Corona-Urlaub. Schlechthin. Und Liesl fühlt sich auch wohl. Und du hast keinen Scheiß aufgenommen? Ja, ist schon ein bisschen witzig. Also die Situation ist ja so, wenn ich das mal kurz erklären darf. Ich kann ja wegen meinem gebrochenen Fuß nicht mehr überall herumlaufen als Auge der Revolution. Und deswegen habe ich meine Co-Reporterin, Joanna, gebeten, für mich heißen Scheiß aufzunehmen im Baumarkt. Ich hoffe, es ist irgendwas Brauchbares dabei. Und das werden wir jetzt hochladen, exklusiv auf diesem Kanal. Die bauen wir auch, diese Portage. Dann guckst du dann, ob sie da haben. Ich bin da von Egon gekommen. Ich bin sehr gerne. Okay. Danke.